So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Get Down auf dem Revenzeit TV TeamSpeak Minecraft Server. TeamSpeak Minecraft Server, weil TeamSpeak und Minecraft und einfach weil Baum. Und ich habe heute zusammen den Marc Matter ist dabei. Hi. Hi. Na du Nudel. Na ihr Nudel. Du bist nicht Taddel. Apropos Taddel, was hältst du denn so von Taddel? Was hältst du denn so von Taddel? Taddel die Taddel. Er ist ein richtig fresher Dude. Ich finde ihn schon cool. Ja, ich habe ihn halt damals, also als ich noch YouTube geguckt habe, war der ja noch aktiv. Also auch als Let's Player war der auch unterwegs früher. Weiß gar nicht, wie viele das von euch noch wissen. Es gibt ja auch Leute, die kennen ihn nicht als Let's Player, sondern nur als Rapper oder... Ja, da hat sich halt viel verändert in der Zeit. Ja, ich habe Taddel sogar angefangen, als er noch What The Fact gedreht hat. What The Fact. Na gut. Kann man mal machen, ne? Ja. Das ist halt ein klassischer Taddel zu dem Adel. Leider nicht mehr. Leider. Naja. Gut. Ähm, ja. Was ich noch ankündigen wollte. Wenn ihr das Video hier seht, werde ich vermutlich heute ein, also dann das Bewerbungsgespräch haben. Und ich werde das ein bisschen wie ein Vlog aufzeichnen und mal gucken, ob man was draus machen kann. Also das Bewerbungsgespräch selbst natürlich nicht, denn... Naja, aber Fahrt und sowas zum Beispiel, lauter solche Sachen, darum geht's. Und das werde ich mal so ein bisschen Vlog-technisch aufzeichnen und gucken, ob ich da was draus machen kann. Denn ich habe ja was geplant, wie einige von euch vermutet können. Sonst würde ich das nämlich nicht probieren, ob ich das hinkriege. Ich mache nämlich immer nur das, was nötig ist. Den Vlog wollte ich... Nein! Ah, ich habe 700 Coins, aber ich hätte hier drei Stück haben können noch. Und dann hätte ich noch nach unten gekonnt. Mist. Egal. Naja. Ne, äh, und zwar werde ich das einfach mal aufzeichnen und mal gucken, hochladen. Und je nachdem, bitte ein Feedback da lassen. Ich brauche das dann. Und würde gerne wissen, ob das denn so okay ist oder doch nicht. Oder ob ich da drin total kacke bin und es einfach lassen soll. Äh, je nachdem. Das interessiert mich halt daran. Ja, und ähm, müsste ich halt dann und wann wissen. Joa, und vielleicht kann man auch sowas machen, dass ich ein bisschen aktiver wieder werde oder sowas wie Challenges für Get Down. Ich bin ja auch relativ vernünftig in Get Down, das wissen einige ja. Die Angeschränkten unter euch wissen natürlich, dass ich relativ gut in Get Down bin. Aktiven Spritzer, meine Freunde. Naja, der aktiven Spritzer, ne, ist halt so. Machst du nichts gegen. So, ich springe dann mal noch hier rüber, da rüber, da runter, da runter, da rüber, da rüber. Oh, da ist das hier eng. Was ich hier mache. Zwei Herzen, ne. Spring aber trotzdem weiter nach unten. Leben am Limit. Baron-Style. Baron-Style. 499. Jetzt bei Edeka. Hm. Product Placement. Nicht gekennzeichnet ist Product Placement. Beef. Beef. Beefy muss mit. 1.199 Coins. Nice. So geht das. Aktiver Spritzer. Keine Kommentare dazu, auch gut. Kein Hacker oder kein Spast und sowas. Oh, und hier kann ich meine Lieblingsroute gehen. Auf der Map gibt es nämlich eine Route. Die kann man gehen, da kriegt man relativ gut Coins zusammen. Äh. Ist die heute irgendwie leer? Vergleichsweise wie sonst. Sonst sind hier mehr Coins. Naja, gut. Auch nicht so wild. Ah doch, hier sind sie. Nein. Ich habe einen fatalen Fehler gemacht. Ich bin abgerutscht auf meiner, auf deiner Pisse. Ach Mann. Entschuldigung. Warum machst du denn das da immer hin? Ja, wer kann, der kann. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ich bin auf deinem Sperma ausgerutscht, Mann. Kann doch nicht sein. Ich war heute wieder ein bisschen wild gestern. Ja, hast du wieder wild abgespritzt, locker flogrig in die Masse. Ich habe einfach baumeln lassen. Ach, baumeln. Lol, wie kommt man da dabei raus? Wenn du baumeln lässt. Junge, was ist das denn dann für ein Ding? Junge, ist das dein Gartenschlauch oder was? Ja. Ein richtig geiler Gartenschlauch. Nein. Ich habe doch Regeneration. Verdammt. Naja, aber 1420 Coins. Hammer, ich hätte die Map auch schaffen können. Ich bin nur dämlich ausgerutscht. Schon wieder auf dem Haag seinem Zeug. Entschuldigung. Du kannst das nicht überall verteilen, okay? Merk dir das mal. Ich mache es aber trotzdem. Was? Das merken wir uns hier. Das geht so aber nicht. Das merke ich mir. So, eine gute Eisenbrust. Schicke Schuhe. Die können wir aber hinterher nochmal verzaubern. Wenn es das noch nicht reicht. Schutz. 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 Atmung. Immerhin Schutz 2 auf den Helm noch. Ja gut. Hätte besser sein können. Aber. Gut, das Verzaubern ist eh immer so eine Zufallssache. Je nach Situation. Wird es mal besser und mal schlechter. So, 2 Goldäpfel noch dabei und dann hammerst. Mein Schwert macht 11 Angriffsschaden. Ja, übertreibt direkt. Mach ich immer. Weißt du doch. Das müsst ihr euch merken, Leute. Der Baron ist ein richtiger Übertreiber. Richtiger Übertreiber. Es gibt da so diverse Icons auf den TS. Wenn ihr mal vorbeischaut, immer schön aufpassen, was ihr sagt. Warte, was? Warte, was? Nein, ich habe gerade eine neue Deathmatch mit. Die kenne ich nicht. Boah, da ist ein Diatyp. Gleich mal zerpflücken den Kerl. In der Luft zerpflückt, Junge. Machst du denn nix? Schon wieder jemanden mitgenommen. Noch was? Oh Gott. Gut, dass ich einen Speedrank in habe. Intus. Richtiger Spiel, die Gonzales bist du. So, entkommen bin ich dem ganzen Pöbel da oben. Nice. 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 Okay. Boah, so ein Abstauber, Junge. Richtige Abstauber. Und noch jemanden weggenommen. Gott, wie viele denn noch? Sechs Kills schon gemacht, ne? Würde ich nur mal gesagt haben. Wie gesagt, der Baron ist ein lieber Treiber. Haben die vielleicht einen besseren gehabt, oder? Natürlich kommt noch einer an. Und noch jemand weg. Zwei Spieler leben noch. Wow. Das habe ich gut gemacht. Sieben Kills, ne? Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Einfach alles zerpflückt. Ja, ja. Es gab hier und da mal die Stelle, da war es relativ knapp, aber... Ich habe sie zerpflückt bis dahin. Boah, ich habe lauter Dia-Zeug im Inventar, ne? Ich weiß auch nicht, wohin damit. Ähm, was kann ich bei mir wegmachen? Den Helm? Liegt hier ein besserer Helm rum, denn ich habe... Nee, natürlich nicht. Kann mal gucken. Vielleicht hat diese Brust was Gutes dabei. Nee. Helm, Schuhe, Hose, Schuhe. Schutz zwei Schuhe. Ui, was? Junge! Der Beinschutz... Schutz fünf. Schutz zwei Brust. Schutz... Ach, nee. Kommt da alles nicht dran an das, was ich habe. Das ist das Schöne. Da liegt auch noch ein Helm rum. Die Brust, die ich jetzt in der Hand habe, ist... Äh. Ich habe keine Ahnung, wie der mir überhaupt so schwer werden konnte. Nee. Alles Müll für mich. Entschuldigung. Ich erzähle euch das Holz. Müll, Müll, Müll. Alles Müll. So, ich warte jetzt auf meinen Kompass und dann hole ich mir... den Minecrafter XDA. Das Campen ist echt ätzend ein bisschen auf Get Down. Mittlerweile. Ich wünsche, das könnte man ein bisschen fixen, sodass das nicht so häufig passiert. Wäre echt schön, weil viele nutzen das aus. Dieses Gekämpe. Und das macht natürlich das Video uninteressanter. Mit dem gesamten Inhalt. Wo, wo bist du? Da der sich nämlich versteckt, denke ich mal, dass der nichts Gutes dabei hat. Hat der nur so Lederrüstung und ein Holzschwert. Tja, das wäre es ja natürlich. Dann hätte ich es ja. Dann würde ich gewinnen. Dann wäre ich durch als Gewinner. Äh, ich weiß nicht, kommt man da hoch? Ich hoffe es nicht. Wo ist er jetzt? Kompass? Zeig mal. Ach, 91 Blöcke in der Richtung. Oh, ne. Ne, der ist bestimmt... Ne. 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 Ist nicht sein Ernst, oder? Ist ja nicht wirklich. 51, 48, 44. Doch, der ist da. In dem Haus hier. Kämmt er sich? Wenig. Da vorne muss er sein. 28. Ne, der ist hier im Haus. Ach, shit. Ach, da oben. Ja. Der wollte dich wie ein richtiger Assassine von oben killen. Der hat nicht mal ne Rüstung. Ja, weil Assassine keine Rüstung tragen. Hab ihn mit dem Bogen erwischt. Ja, das war doch eine gute Runde. So, dann ein GG in den Chat, damit das auch passt. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Guckt bei irgendjemand anderem rein. Unge Peterle Gronk. Oder den Marc. Wer weiß, vielleicht hat er ja einen Kanal. Das wissen wir. Wir werden es in der Videobeschreibung sehen, wenn er einen Kanal hat. Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Aufnahme und tschüss.